Mit dieser Aktion macht sich Lil Pump jetzt unbeliebt und hat einen schlimmen Gegner, der ihn vernichten könnte. Eminem wird ganz direkt attackiert. Dabei bleibt es nicht. Auch die Familie wird mit reingezogen. Könnte es Lil Pump die Karriere kosten? Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, so wie auf Instagram Rap Check. In den USA stehen die Wahlen an. In weniger als sechs Tagen könnten entweder Trump oder Harris gewinnen. Dann ändert sich vieles. Eminem war aus dem Grund mit Obama unterwegs und hat den Demokraten geholfen. Diese Aktion kam nicht bei allen gut an. Besonders Lil Pump fühlt sich dadurch angegriffen. Immerhin ist er ein absoluter Trump Supporter. Als er die Aktion von Eminem sieht, feuert er nicht nur gegen den Rapper, sondern auch gegen seine Tochter Hailey, die neulich erst ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat. Damit geht er einen Schritt zu weit. Der letzte, der das gewagt hat, wurde in einem riesen Dis-Track komplett zerstört. Ob Eminem bereits an der Vernichtung arbeitet? Bislang hat sich die Rap-Legende aus Detroit noch nicht dazu geäußert. Aber die Uhr tickt. Lil Pump lässt außerdem nicht locker. Er macht sich aktuell viele Feinde. Denn jeder, der nicht Trump wählt, ist automatisch ein weiterer Gegner für den Rapper. In etwa sechs Tagen wissen wir dann, wer gewonnen hat und wie Eminem und Lil Pump darauf reagieren. An die Rap-Check-Community. Jetzt seid ihr wieder up-to-date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr? Wer wird die Wahlen gewinnen? Und glaubt ihr, dass Eminem mit Lil Pump abrechnen wird? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.